Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 5. Mein Name ist Pudgy KLP und wir waren hier aber jetzt mal stehen geblieben und zwar vor dem Strip Club mit Franklin nach unserem erfolgreichen Juwelenraub. Wie ich sagen, machen wir hier auch gleich weiter. Wo fahren wir denn am besten als nächstes hin? Lamar, Michael, Geldautomat? Nee. Okay, wir fahren zu Michael, denn Michael meinte ja, wir sollen zu ihm kommen nach dem erfolgreichen Raubzug. Jetzt brauchen wir natürlich nur ein Auto, würde ich gleich mal sagen. Schnappen wir uns den SUV hier. Ist doch glaube ich ein SUV, oder? Oh ja, das ist ein SUV. Boah, bin ich gut. Die Alarmanlage, das ist ein Fehlalarm, gar nicht beachten. So. Genau. So, genau. Heute ist das allererste Mal, dass ich wieder tagsüber aufnehmen kann, weil bei uns hat es jetzt die letzten zwei Tage geregnet. Jetzt ist es schön kühl bei uns. Muss man mal so dazu sagen. Finde ich mega, mega angenehm. Ja, es macht auf jeden Fall wieder mehr Spaß jetzt aufzunehmen, als nachts, wenn man so halb verschlafen ist. Gut, mein Fahrstil wird dadurch definitiv nicht besser, aber das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Da sind jetzt noch 700 Meter, bis wir und Michael sind. Die werde ich hoffentlich irgendwie so mehr oder weniger unfallfrei hinkriegen. Aber ich sage niemals, nie bei PK. Oh, das war doch jetzt ganz gut eigentlich. So. Gut, wäre das jetzt bei Michael an der Einfahrt passiert, dann hätte ich gesagt, da haben wir da super eingeparkt. Aber war leider eine Einfahrt zu früh. So. Da wären wir auch schon. Hier wäre mal in das Haus hinein, würde ich sagen. Na komm. Zack. Und hier rüber. Und hier rüber. Der ganze Job. Alles, jemand, der weiß dein Buch, was ist falsch mit dir? Davey, lange nicht mehr sehen. Und was über Trevor? Wenn diese Fruittkirche erinnern, dass du bist, dass du bist, dass du bist, bist du D.O.N.E. Du bist D.O.N.E. Hey, nicht über Trevor. Trevor ist tot. Es muss sein. Außerdem, ich habe nichts mit ihm zu tun. Whatever du sagst, was du sagst. Nichts. Wirklich? Oh, hey, hey, hey. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you've been with my girl again? I'm speaking with you asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Leave it. The crystal has got us, baby. But that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, alright? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Alright, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I'm messed up. I know. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you, then! Johnny! Wait! Fuck! Wait! Let's go! What's the ghost I saw? His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him! Really? Uh... My cousin's there, but... I don't... Find him! Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry! But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it! You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her! You called her a bitch! Ain't you got a mother? Everyone got muggers, at least one! Yeah, of course... ...em... ...habt ihr erraten, woran Trevor quasi Michael in diesem Fernsehinterview wieder erkannt hat? Habt ihr das erkannt? Ehrlich gesagt, hei das auch nicht erkannt. Ich hab das erst gemerkt, als man mir das gesagt hatte. Und zwar dieses, du siehst jeden Tag tausend Dinge... Ne, du vergisst jeden Tag tausend Dinge, und sei sicher, dass du das auch vergisst. So in der Art hat das er gesagt. Und das, äh... Ja, hat Trevor eben darauf gebracht, weil wenn man im Prolog aufgepasst hat, da hat Michael genau dasselbe zu dem Wachmann gesagt. Aber das man nur so am Rande erwähnt. Oh, whoa! Whoa, whoa! Hey, hast du gesehen Ashley? Johnny's looking for her. Well, du weißt, wie gesagt, ich habe gerade 10 Minuten vor. Ja, ich sah sie auf der Ende dieser Penis hier. Johnny ain't gonna be cool, wenn du mit ihr wiederholst. Oh, wirklich? Du denkst nicht so, oder? Na, warum wir ihn dann einfach fragen, oder? Hey, hey, Cowboy! Du weißt, dass ich deine alte Frau verratete? Entschuldigung! Was war das? Nein, nein! Du weißt nicht? Oh, weil du bist ein Mann? Und die einzige Partie von der Seite ist das kleine Schmerz? Und die Gristel auf dem Ende meiner Brust? Na, vielen Dank, Cowboy! Bullshit! Oh, ich mag es, Denial! Das ist die erste Teil des Prozess des Griefes. Brothers, jetzt haben wir alle die Hände. Oh, sieht aus, wie du hast etwas, was du sagst? Huh? Hast du etwas, was du sagst? Das muss doch sein, Bullshit! Oh, woher geht's euch, oder? Let's go, Leute! Ja. All right. We follow the van back to the rest of us. Then the lost MC are out of this region for good. Ah! Down he fell! Who makes the sense? I, 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 I... I, 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 I Übrigens in der neuen Region, die in GTA 5 jetzt neu ist, Blaine County, gab es ja in San Andreas damals nicht. Damals ging es ja quasi nur bis zum Schilgert und nicht weiter. Und ja, wie gesagt, die Region kam jetzt hier einfach mit dazu, sage ich mal. Finde ich persönlich ganz schade. Ich finde, man hätte noch die anderen Bereiche aus der San Andreas nur von damals mit eingebauen sollen. Also hier Badlands, Las Venturas und was glaub's noch? San Fierro, genau. Fand ich wirklich mega geile Gegend in San Andreas. Irgendwie bekomme ich da schon wieder Lust, das Spiel nochmal zu hütteln. Ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich Lust drauf. Aber irgendwie auch nicht, weil ich mich damals in dem Spiel so extrem aufgeregt hatte. Wer sich noch dran erinnert. Aber warten, dass ich wirklich die Krone spüre. Und würde ich wirklich jederzeit nochmal machen eigentlich. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch das wünschen würde. Dein Let's Replay zu GTA San Andreas. Also, ich wäre nicht abgeneigt. Oh, wir sind aufgeregt. Du hast es gemacht, Trevor. Sie sind zuhörig. Halt den Perimeter, fuckwitz. Ah, mit der Schrot. Ne, lieber nicht. Ich nehme lieber die Piste. Er kommt. Oh Gott, mein AIM ist völlig daneben. Step right up! Step right up! Step right up! Goddammit! Oh Gott, ja, da können wir wieder von in die Luft. Oh Gott, ja, da können wir wieder von in die Luft. So, jetzt aktivieren wir Trevors Spezialfähigkeit, mit der wir jetzt einfach mal keinen Schaden einstecken. So, komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Das war jetzt nicht so gut. Ah, jetzt endlich. Okay, am AIM muss ich noch ein bisschen arbeiten. Das gebe ich ja selber zu. Dance. Gut, die zwei wurde halt zum Auto kamen, die haben wir nicht erledigt. Die könnten wir aber auch noch erledigen gehen. Äh, das muss man nämlich machen für Gold. Im Privatspiel habe ich sie gleich am Anfang gekriegt. So. So, die Biker hier. Wo ist denn der? Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht. Da ist er doch. So, jetzt kommen die, die wir freiwillig töten können. So, den da unten, den schnapp ich mir auch. So. So.